Weiter geht's, immer noch am Fluss Styx. Wir haben jetzt einen weiteren Bosskampf vor uns. Jetzt dürften wir, glaube ich, alle Gegner hier besiegt haben. Bevor wir uns aber den hervorknöpfen oder er uns mehrere Male wahrscheinlich, werden wir nochmal shoppen gehen. Aber vielleicht haben wir auch Glück, dass wir zu stark sind. Glaube ich zwar nicht, aber dass er uns nicht so eine Probleme bereitet. Wäre schön, glaube ich aber nicht dran. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Tränke. Wie kann ich dir helfen? Deiner zwölf. Schadenswiderstand? Jo. Ne, ne, nicht damit. 30 Stärke kann man verkaufen, das Leben. Ja, hier haben wir den Begleiter-Bonus. Das ist das Praktische. So, Tränke, Tränke, Tränke. Es ist mir eine Ehre. Äh, Mechanikteile. Können wir denn nicht irgendwas, äh... Wieso haben wir eigentlich hier was drin und da was drin? Das ist doch scheiße. Scheiße. Können wir nicht irgendwas hier verwenden? Kann alle Waffen, verdammt. Kann alle Rüstung erweitern. Oh, haben wir das noch nicht draufgehauen? Shit, geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach. Das war das ja auch. Ringer-Amonete können wir vergessen. Ähm... Torso-Rüstung, ach scheiße. Kann alle Waffen. Waffen. Kopfschutz. 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 So. Oh, wir haben hier noch Punkte. Wie haben wir noch Punkte übrig? Ähm... 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 Ach so, spare ich ja immer, falls wir ja noch irgendwas Gutes kriegen sollten. Gucken wir mal, ob wir jetzt eine Chance haben. Halte Abstand, oder du wirst vernichtet. An mir kommt niemand vorbei. Wir warten jetzt bei seiner Wasserwelle ab. Wir warten jetzt bei seiner Wasserwelle ab. Los! Wir warten jetzt bei seiner Wasserwelle ab. Läuft, läuft, läuft! Yes! Oh nein! Nein! Der kann ja nochmal! Oh nein! Oh nein! Kann nicht wahr sein, ey! Scheiße, scheiße, scheiße! Wir sind, glaube ich, zu nah ans Wasser gekommen. Das war jetzt der einzige Fehler. Ah, das ist so ärgerlich, ey! Auf jeden Fall sparen wir uns jetzt unseren Außenseiter ein bisschen. Ich frage mich, ob der jetzt in seiner zweiten Gestalt, äh, bleibt, oder ob er wieder anfängt mit seiner ersten. Das wäre nämlich ganz schön assi jetzt. Ähm, ich glaube, das Problem hat man auch schon mal ehrlich gesagt. Wenn das Problem jetzt aber bleibt, sind wir am Arsch. Die Zeiten sind hart, aber mein Geschäft ist geöffnet. Alle Elementarangriffe, das wäre eigentlich auch Wasser. Pass auf diese bleichen Räuber auf! Okay. Er hat Lepp wieder zu weit gestorben. So lange er da bleibt, äh, bleibt ich nicht stehen. So lange er da bleibt, äh, bleibt ich nicht stehen. Wir haben hierzu grünn. Not Highlights! Schsl Luther! L ultimately, nicht society! the Jä Would gesagt habe geht es wie ein Hammer aufgiv. was heißt das? Für was dabei ist so가는 HLT, wird uns dauerhaft? Was? Oh, shit. Uh, war zwar jetzt echt eine feige Sache, ich wollte jetzt auch nicht ewig hier das nochmal probieren. Cool. Wisse dies, Dieter. Ich finde für diese Aufgabe ganz so wenig Erfahrungspunkt jetzt mittlerweile, da kommt mir echt nur Millimeterweise voran. ... ... Missed? Missed that one? Missed that one? So, die Brücke war glaube ich kaputt. Oder noch nicht, noch im Bau, sagen wir mal so. So, die Brücke war, sagen wir mal so. So, die Brücke war, sagen wir mal so. Ach ja, die Sumpfgebiete, da freut mich auch wieder drauf. So, die Brücke war, sagen wir mal so. 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 Danke, Auslandeiter. So, Folgenpause. Spitze bedanke mich. Bis dann.